Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Wir spielen Diablo 3 Reaper of Souls und sind im Reaper of Souls tatsächlich auch angekommen, spielen auch schwer und rennen eigentlich nur so durch um möglichst schnell in den Hardcore Modus zu kommen. Hallo? Da will doch keiner hin. Da will ihr eigentlich von mir hier. Aber man merkt, so allmählich werden wir langsamer mit unserem ultimativen Kill Count. Das heißt, unser Level reicht nicht mehr ganz für die Gegner. Äh, zackgasse. Ne, da. Huch, das war eine schnelle Tür. Ich brauch Zorn. Lass mir ein paar Gegner über. Das bist du. Toll. Ich hake auf die rum. Ah, da, guck mal. Die rennen da einfach so rum? Ja, die rennen weg auch. Das ist das Übelste dabei. Was geht ihr von mir? Ja, dann kenne ich mich ja hier aus, ne? Du kennst dich langsam aus. Ach, scheiße. Hört das eigentlich mein Zaun, die Dinger hier? Ne, wohl. Komm her. Komm her, hol deinen Arsch voll ab. Genau. Die haben ja alle nix hier. Das war schon. Ach, Tiarell, kommt wieder angehoppelt. Ja, er muss erst mal zur Mitte rennen, um dann mit uns zu reden. Also deine Scheißbinder, die sind ja rot. Ich denke immer, dass wir Gegner sind. So, jetzt müssen wir sie endgültig platt machen. Oh, der Staubsauger war an. Der Geisterstaubsauger. Bei Ackerrad. Sie hocken hier alle rum, die Idioten. Guck mal, wer sind das? Oh, daneben gezäppt. Toll. Danke. Ja, er ist gleich weg. Ein Eimer noch drauf. Fertig. Ich hab daneben gezäppelt. Shit. Halt, nicht das. Tiarell. Habe du was gesagt? Ja, wir haben die Kategorie gerettet. Und hier ist ein Buch, was man nicht lesen kann. Das ist eine Rarität im Reaper. Ist ja auch so. Leer. Ist trotzdem eine Rarität. Okay. Na gut. Aber warum sollte man ein großes, leeres Buch dahin stellen? Boink. Zum Lesen. Wenn's leer ist. Mit Füllen. Zum Füllen. Aber zum Vollfüllen. Ach, jetzt sind ja wieder Händler hier ausgebrochen. Jetzt, genau. Ach so, wir können immer noch nicht. Wir müssen erst mal wieder alle Türchen hier aufmachen, damit das unsere Area ist. Area wird. Unser Heimatbasis. Unser Refugium. Unsere Ornopornobehausung. Sprich von dir. Pornobehausung? Wir sind schließlich zwei Frauen. Was machen die sonst? So eine WG gründen oder was? Ha. Rumpel. War was? Ach, ich richte auch. Der hinterher. Huch, mein Ohrstöpsel ist rausgeplumpst. Richte dich schon wieder hinterher. Warum machst du denn das? Irgendwelche Geisterbogen schützen. Oh, er muss ein besonderer Dude sein, sonst würde mein... Die Ketten nicht aufleuchten. Ach nee, dein Ding muss groß werden. Du bist etwas groß geworden. Ja, er haut mich gerade in die Fresse ein. Ey! Ja, er haut mich gerade in die Fresse ein, der Sack. So, das war's. Fast. Ich hab ihn gekillt. Ich bin noch nicht glücklich mit meiner Zusammensetzung der Fähigkeiten, aber das werde ich nie sein. Ich muss auch noch umskillen, der irgendwie demnächst. Mir fehlt noch so ein bisschen das One-Hit-Wonder. The One-Hit-Wonder. Klonk. Jetzt rechte ich wieder hinterher, dass es mal ein Fehler ist, ja. Oh, mein Ding ist doch nicht voll. Zack. Give me some, Joanna. Boom. Das war schön. Moment, was liegt hier rum? Weißer Scheiß. Weißer Scheiß. Boom. Geht doch. Hier kommen wir auch hoch. Oh, ja, cool. Komm her. Rubel, rubel, rubel. Also diese Geisterbogenschützen. Ja, die nerven ja richtig, ne? Bewegen sich nicht ran. Bin mal wieder da. Gunter. Toll. Vor allem stehen die hinter so Barrikaden und malern von hinten, ne? Ja, ja, ja. Richtig nett. Ha, hier ist ein Dingsbums. Hier ist eine Kiste. Ja, er ist weg. Er ist weg. Nein, er ist noch nicht weg. Hier ist ein Zwerg. Hier ist ein Zwerg. Ein Zwerg? Was für ein Zwerg? Ach, ein Zwerg. Einmal drüber, dann ist er weg. Jawohl, weg ist er. Das hat richtig lange gedauert gerade, ne? Ist bei dir irgendwas Legendary-Ges gefallen da? Ne, musst du aufpassen, dass ich jetzt nicht durch diese Tür latsche. Hier ist nämlich eine Tür. Ne, nichts Legendäres, nein. Ein Buch liegt hier rum. Was ist das? Nein, ein Teil. Ach, Jungs, was macht ihr denn hier? Na, wir können es auch nur weiter. Kann das sein? Die Leute jetzt auch einfach stehen, ne? Nein, hier war keiner auf dem Weg hierher, den ich nicht gekillt hätte. Ach, du bist zurückgelaufen, okay. Ich stehe in Säure, das ist nicht gut. Das ist uncool. Geh mal drauf da. Danke. Gib mir Zorn, Giovanna. Was ist eigentlich mit den ganzen Häusern hier? Wollen die Häuser nicht auch machen? Oh, ich habe irgendwas Fettes hier gefunden. Da liegt noch eine Truhe rum. Kann ich hier nicht rein? Sind überall Häuser, wo man rein kann, ne? Ja, hab ich auch schon entdeckt. Haben wir noch nicht gemacht, würde ich sagen, ne? Bist du. Ich bin irgendwie den Gang weitergegangen, wo wir langgegangen sind und du bist irgendwie weggelaufen und das heißt, ich bin woanders. Ja, alles Türen hier, alles Türen. Wollen wir eine Tür nehmen? Da kommst du wieder zurück. Irgendeine Tür? Ja, um mein Wegen. Nehmen wir die. Boink. Und du? Nein, das Problem. Oha. Du kommst rein und wirst gleich von ganz vielen Leuten überrannt. Wir müssen meine Freunde retten. Meine Hammer machen da gerade den Drehwurm. Ist das hier? Was bist du denn für einer? Oh, da ist die jeweilige Tür. Toller Blitz war das aber gerade hier, ne? Ach, die wollen ja in ihren König stürzen, ne? Die Trottel. Mitten in so einer super Fight kommen die auf die Idee nochmal den König zu metzeln. Klasse Idee. Ja, ist doch die Gelegenheit. Alle kümmern sich um andere Sachen, da kann man auf den Königsturz. Machtgierige Arschlöcher. Ups. Ich brauch Zaun. Ey, bist du am Rennen. Holt's hin. Keine Ahnung. Hier zurück? Ich find das lustig. Alter, bist du am Fesen. Ich bin hier auch am Fesen. Dann fällt mir gerade auf. Hallo. Guten Tag. Hier ist noch eine Tür gewesen irgendwie. Da so. Ja. Und Rinde. Wir nehmen die Türen mal mit, ne? Ja, Mischen ist Mischen. Das ist ja auch Eis. Das ist ja neben Raum Dungeon. Neben Raum, neben Down Dungeon. Genau. Aber Spaß haben heißt das. Bringt auch Punkte. Und Punkte war das, was wir brauchen, oder? Oha. Elgorath. Weg. Weg. Weg ist er, der Elgorath. Wenn der Elgorath hieß, hab ich gar nicht gesehen, wenn er so hieß. Ja, der war irgendwie zu schnell kaputt, ne? Ja. Ich hab mal einen Blitz gestartet, dann war er weg. Können auch nichts mehr ab, die Gegner von heute. Ja, echt im Luschen heute, ne? Genau. So, dann war es. Ne, da war noch einer. Der ist jetzt im Luschen. Oh, noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Ich brauch zwei Schläge. Hier ist noch einer. Oh, hör mal. Finde den Siegel. Achso, das ist einfach nur. Hör mal. Unendlich kriegt er hier, oder was? Ist das ein Dungeon zum Leveln, oder was? Ein EP-Grab. Äh, EP-Grab nicht. Eine EP-Spende-Einheit. Ja, ist egal. Hier wieder raus. Ist ja langweilig. Ja, hier ist noch ein Schmelz. Alles raus. Aus, 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 aus. Ja, wir suchen ja immer noch den Seelentiegel. Den Schmelztiegel. Da, da, da. Da ist noch eine Tür. So schnell bin ich nicht. Wenn ich angekommen bin, bist du schon durch. Ne, ich warte. Oh Gott. Ich bin nicht langsam. Doch, du bist langsam. Eindeutig. Nein, du bist einfach zu schnell. Das ist das Problem. Was ist das denn für ein fetter Mobster? Ey. Hi, Jungs. Cool, das explodiert. Jetzt bringe ich hin. Oh, hier liegt was. Schön. Rumpel. Hi, Jungs. Wenn ich da bin, ist da keiner. Und wenn du kommst, ist alles voller Gegner. Ist aber, wer weitergerannt. Das hättest du nicht tun dürfen. Kiste. Katsching. Oh, rumpel, rumpel, rumpel. Was war gerade noch richtig? Oh, scheiße. Hm? Halt. Ja, wir sind hier durch. Wir haben alles gesehen. Ich muss entsorgen, weil ich nicht so viel mitnehmen kann. Können sowieso auch zurück mal wieder, wenn du voll bist. Ja, das glaube ich. Geiler Spruch. Geiler Spruch? Ich kehre in die Stadt zurück? Ne, die hat irgendwas anderes gesehen. Das ist irgendwie keine Handelsreise, sagte sie gerade. So, ich reise ziemlich lange. Hallo? In die Stadt. So. Ein Messerchen hast du gefunden. Das ist ja cool. Ja, ich suche jetzt eine Einhandwaffe, die nah an dem Schaden ist, den meine Zweihandwaffe hat. Weil dann kann ich ja wieder... Eine Armbrust? Ja, sieht so aus. Ist das nicht eine Armbrust für Dämonenjäger? Ich mache ja sowieso... Ich kämpfe ja nicht mit der Waffe in der Hand. Ich brauche nur die Waffe für den Boden. Nimm lieber mit dir in die Hand und schieß damit mal. Kann ich nicht. Damit du auch schießt damit. Kann ich nicht. Sondern ich muss angegriffen werden und wenn der vor mir steht, mache ich... Mehr passiert da nicht. Ich kann mit der nichts tun. Dein Charakter ist krank. Das ist so. Der ist irgendwie krank. Ich habe nur Zauber. Das ist so. Das sind wir kacken. Glaub mir. Tak. Tak. Kein Haltbarkeitsverlust. Das ist natürlich echt nicht schlecht, aber ansonsten... Ja. Haltbarkeitsverlust und Quatsch. Eben. Nur Barbaren. Eine Hose. Peitscht mich alles nicht an. Peitschen. Können wir auch mal wieder spielen. Das ist klar, dass du wieder peitschen willst. Stärke ruhig. Und das war es auch schon. Angriffsgeschwindigkeit würde sich hier... Oha. Reduziert Abklingzeiten plus Mana. Reduziert Ressourcenkosten. Yay. Der ist noch besser als der andere. Da kann der weg. Dann hey. Ja, ich heb mir einen auf, falls ich eine Einhandwaffe finde. Ja, das macht Sinn. Ja, klar. Letztes Mal hast du das gemacht. Und dann hast du gesagt, ja, muss leer bleiben. Genau. Ihr habt nichts. Genau. Das geht nicht. Das war scheiße. So, 900... Vitalität, Intelligenz. Alter, was ist das denn? Aber alles doof. Nein. Der kann weg. Jetzt muss ich das echt ablegen. Was kann der? Was kann der? Der kann nichts. Der kann gar nichts. Erfahrung pro geschehener Gegner. So, wo sind denn die... Wo sind sie denn alle? Ach, die sind noch gar nicht da. Haben wir nicht einen Händler zumindest irgendwie hier, dem ich irgendwas verticken kann? Da ist niemand da. Da ist manchmal ein Schmied oder was? Ne. Wir müssen erst das Gebiet befreien. Aber irgendein Händler dachte ich, hätte ich schon da. Da ist doch ein Schmied. Da ist er doch. Dieser, hier, da. Ja, ich suchte die Verzauberin. Die habe ich irgendwie nicht gesehen gerade. Ich kann mich von der Haube hier. Klack, wupp, ding, tang, ding. So. Schneller Durchlauf. Verzauberin? Willst du das Verzaubern? Ich wollte gucken, ob die da ist. Aber die habe ich nicht gesehen. Deswegen dachte ich, sie sind nicht da. Aber sie ist doch da. Sagst du ja, sie ist da. Dann war sie... Da. Hier steht sie doch. Hier ist keiner. Okay. Aber ich kann das auch archivieren. Da nehme ich das so. Hier. Verzauberin. Die ist weg. Ja, verzauberin. So geht das. Hier. Ja, ist eher gut. Sie steht noch nicht da. Deswegen. Genau. Ich habe sie einfach vermisst. Du hast sie vermisst. Ich habe sie einfach... Sie kommt ja auch in dem Level erst dazu. Ja, ja. Du mich auch. So. What? Was habe ich jetzt getan? Alter. Fertig werden. Ich bin durch. Ich bin schon längst durch. Ich bin schon wieder hier in der Altstadt. Okay. Ich weiß, was du willst. Willst du das sagen? What does? Richtig. So, das war Diablo Reapers of Souls. Reapers of Souls. Ich vergesse mal. Reaper of Souls. Die Seelen. Okay. Merken wir das mal. Die Seelen. Die Seelen. Wir sind auf Zweikampfsofa. Wir spielen... Fuck. New Co-op Games. Hey, Mann. Wir spielen... Fuck. Nein. Tut wir nicht. Nein, 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 nein. Inzwischen geschoben. Du hast immer noch das Wiehenderschwert da als Verzauber. Siehst du, dass das so von oben nach unten leuchtet? So Wellen, ja. Und ich mach da den ganzen Boden verblitzelt. Das wird mir auch total. Einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.